hallo und herzlich willkommen zurück bei tesla mac mein name ist marian und ich bringe euch heute eine weitere episode und ich hoffe ihr habt einen guten start in die neue woche gehabt wir schauen einmal elon war in england mal wieder und wir haben nachrichten dass er seit sonntag in deutschland ist des weiteren schauen uns das model y an und wir haben nachrichten aus china und wenn euch dieses gefällt lasst gerne ein abo da und wir starten gleich rein wie immer mit einem bild und zwar hier mit dem unterboden der ja produziert werden soll hier von der giga press und zwar in einem teil weil dieses natürlich 70 teile ersparen würde und diese technologie wird ja jetzt gerade langsam umgesetzt und hier haben wir auch schon die ersten bilder und zwar bilder von der giga texas und die beweise dafür kommen eigentlich tatsächlich von axel türk und das ist jemand der aus deutschland ist der kontakte nach austin texas hat aus einer langjährigen zusammenarbeit und hier scheint es so dass er bilder bekommen hat von jemanden der auf dem gelände der giga austin arbeitet und hier die bilder die ersten bilder der giga press geschickt hat wie man eben halt hier den unterboden oder den vorderen teil eines autos getestet hat und das sieht wirklich schon mal sehr sehr gut aus des weiteren hat er erwähnt dass es wirklich schon gute qualität ist dass es noch dinge gibt die verfeinert werden können und er hat auch gesagt dass eben halt die itra maschine das gemacht hat die ja dann im prinzip die giga press ist die im hintergrund des bildes auch zu sehen war und des weiteren hat er gesagt dass diese technologie und da kann man sich natürlich über die aussage streiten da könnt ihr gerne auch mir mal eure meinung dazu sagen hat er gesagt dass die deutschen auto unternehmen sich hier sehr sehr warm anziehen müssen und wenn dieses in die massenproduktion geht und das soll ja auch hier für die giga berlin passieren dass sie sich wirklich sehr warm anziehen können und irgendwann realisieren müssen dass sie von ihrem hohen ross mal runter kommen müssen und dieses ist wirklich ja seine meinung gerne lasst mich wissen was ihr denkt über diese technologie ob ihr glaubt dass die deutschen auto unternehmen diese auch bald umsetzen werden oder in irgendeiner form diese in der zukunft einsetzen werden des seiteren sehen wir hier gerade auf der giga austin auf dem gelände hier sehen wir dass der batterieteil wirklich kurz vor der fertigungstellung ist wenn wir vom rohbau sprechen und es ist wirklich eine enorme geschwindigkeit die wir hier gesehen haben und ich bin wirklich sehr gespannt wie schnell wir hier autos rausfahren sehen werden der nächste teil wird wahrscheinlich hier links sein wo wir ja auch die maschinen drin gesehen haben die giga press werden wir wahrscheinlich hier den vorderen teil noch in die fertigstellung bekommen da bin ich mal gespannt wann sie da loslegen werden also grundsätzlich schon mal sehr sehr gute nachrichten wir haben hier sogar noch mehr gute nachrichten und zwar aus china und zwar der tesla twitterer ray for tesla berichtet dass entsprechend ein media outlet in china sich entschuldigt hat sie haben sich entschuldigt dafür dass während des unfalls mit den bremsen der ja in china stattgefunden haben soll und diese ganze eskalation auf der autoshow von dieser frau dass das alles nur gerüchte waren und dass es keine beweise gab und sie haben sich dafür ausdrücklich entschuldigt dass eben halt hier falsch meldungen kundgegeben wurden und dieses hat ja ganz tesla betroffen nicht nur leute die eben halt in deutschland sind und wir sehen ja hier gerade die giga berlin denn auch die leute aus deutschland bekommen ja derzeit model 3 aus china geliefert und wenn man sich also über schlechte qualität beschwert vor allem mit den bremsen hat dieses jahr auf dem chinesischen markt sehr große wellen geschlagen und es ist doch mal schön zu sehen dass hier eine nachrichtenseite aus china dieses entsprechend korrigiert hat und das sehe ich den sehr hoch an dass sie das getan haben und wo wir uns gerade die giga berlin anschauen kommen wir doch kurz noch mal zu elon musk der entsprechend seit sonntag in deutschland ist das entscheidende ist aber dass er bevor er nach deutschland gekommen ist eben halt noch einmal nach großbritannien geflogen ist wir wissen nicht wo er war wir wissen nicht ob es england war ob es eine spezifische london war oder eine andere stadt es hat ja in der vergangenheit schon gerüchte gegeben über gewisse gegenden wo man eine giga england giga großbritannien wie auch immer man sie nennen mag dann bauen könnte dieses gerücht hat sich aber nicht weiter verhärtet jedoch ist es doch recht komisch dass elon musk nun zum zweiten mal nach england reist denn es muss ja auch gründe dafür geben und ich glaube nicht dass er dort urlaub gemacht hat dafür hat er viel zu viel zu tun und sicherlich ist england auch nicht der erste platz wo man jetzt derzeit urlaub machen würde und dementsprechend gehe ich davon aus dass irgendwelche gespräche stattgefunden haben die auch schon beim ersten meeting stattgefunden haben und dementsprechend könnt ihr gerne mal eure meinung da lassen bevor er wie gesagt hier nach england gekommen deutschland gekommen ist was er dort in england gemacht hat und des weiteren finden auch gerade gespräche statt sprich wir haben gespräche die entsprechend mit der landesregierung in brandenburg stattfinden und die vorwiegend technischer natur sind da wird eben halt interessant zu sehen zu sein worum es hier eigentlich geht geht es hier um die papiere die noch fehlen um die batteriefabrik wirklich dann die bewerbungen abzuschicken oder denen die entsprechend zu geben der regierung oder geht es hier eben halt auch um die finalen offenen fragen vor allem um den teil der ja hier leider noch nicht fertig ist von giga berlin ja all die offenen fragen die vielleicht noch da sind es wird also hier ein meeting geben ich bin mal gespannt ob wir im laufe der woche hier neuigkeiten bekommen werden ob elon musk hier irgendwas zu verkünden hat oder entsprechend die deutsche landesregierung etwas zu verkünden hat wie gesagt ich finde grundsätzlich es sehr wichtig dass elon hier mal wieder in deutschland ist damit eben halt auch die ganzen offenen fragen geklärt werden können es ist des weiteren auch wichtig weil wir ja nun noch nicht wissen wann eben halt diese batteriefabrik oder die batterie produktion eben halt stattfinden kann was ich wie gesagt sehr interessant finde ist es könnte auch sein dass man hier wirklich die ersten tests an der giga press in berlin macht was er sinn machen würde weil wir ja auch gerade darüber geredet haben dass die ersten bilder die wir ja am anfang des videos gesehen haben entsprechend aus orsten kommen und wenn man sich in kopf setzt das eben halt ja auch die giga berlin diese giga press auch schon länger drin hat könnte es sein dass wir hier entsprechend schon erste tests auch hier sehen also wirklich eine spannende zeit und ich bin bin wirklich neugierig was diese woche hier passieren wird ob es vielleicht auch erste ankündigung wieder gibt wann entsprechend hier die ersten autos rausgehen weil wir wissen ja dass es im herbst passieren soll aber es hat auch hier wiederum äußerungen der landesregierung gegeben dass angeblich die ja die papier der papierkram leider erst im herbst fertig sein wird und das ist noch kein richtiges datum gibt wann wirklich hier die fabrik autos produzieren darf das heißt wir haben hier wieder widersprüchliche aussagen widersprüchliche aussagen sind nichts neues bei diesem thema in den letzten monaten also lasst uns einfach mal ganz gespannt sein ob es hier wirklich noch mal aufklärung in dieser woche gibt wenn ihr neu dabei seid lasst gerne ein abo da das würde uns sehr sehr freuen und wenn ihr noch nie auf der tesla mac seite gewesen seid also der nachrichtenseite dann schaut gerne mal vorbei die wirklich sehr sehr viele nachrichten jeden tag und es würde uns sehr freuen wenn ihr da vorbeischaut ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut euer marian bis dann